Zack, random und... Echt random. Alter, gib mir... Hör mir auf Judas zu geben. Judas macht zwar Schaden, aber ich will auch mal sowas wie Cain haben. Oder Maggie oder Isaac. Oder nicht Samson. Eve werde ich vielleicht noch nehmen. Aber nicht mehr Judas. Reicht. Reicht. Okay, Häufchen und Feuerdinger kann man vergessen. Dafür können wir jetzt Gegner durch die Wände ausscheiden. So wie hier. So, Bonder. Jetzt noch was... Gutes. So, den farbigen Gegner versuchen wir jetzt mal ganz gezielt anzugehen, dass wir den mal zum Schluss erledigen. Spawn vielleicht mal was hübsches. Zum Beispiel eine Karte. Die erste seit drei Runs. Judgment mit vier Münzen. Naja, lohnt sich noch nicht. Was hatte ich gesagt? Häufchen und Flammen können wir vergessen. Komm, probieren wir es immerhin mal, ein bisschen was rauszubekommen. Geheimraum, habe ich keinen Plan, wo der sein könnte. Schon wieder eine Pläne. Ich vergaß, ich bin gut aus und ich gehe ja schnell grau. Alter Schwede. Gib mir Herz. Scheiß auf alles andere. Gib mir erst mal ein Herz, damit ich überlebe. So, Squeezy und... blaues Herz. Und noch mehr blau Herzen. So. Haben wir erst mal so ein bisschen Leben. Und keine Schlüssel. Scheiße. Ich brauche Schlüssel. Ich kriege ihn kaputt, ich kriege ihn kaputt, ich kriege ihn kaputt. Ich habe ihn kaputt gekriegt. Ich bin der Größte. Geh aus, 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 was aus, was aus, was aus, was aus. Ach so, ich habe ja... Warum bin ich... Warum gehe ich eigentlich zu den Spinnen hin, Alter? Ich habe Spektraltränen. Warum sollte man das nicht besser nutzen als hier? Zack. Und Herz. Little Rock hätte ich auch mal gerne. Wäre so hilfreich. So ein bisschen. So. Haben wir hier ein Geheimraum? Nein, haben wir nicht. Okay. Löse Spinnen. Mehr Bomben. Wir hoffen, dass ich mich in den Geheimraum, äh, Itemraum bomben kann. Nein. Spiel meint nein, okay, dann müssen wir das so akzeptieren. Okay. Wie viele Bomben habe ich noch? Ich denke, einfach mal hier. Gehe Schlüssel? Oh, nein. Na komm, probieren wir es einfach mal. Ja, es schiefgehen kann es nicht. Ja, ich komme in den Itemraum. So, und hier hätte ich gerne noch ein blaues Herz. Oder noch mehr Money. Warte mal, ich habe genug Geld für den Shop. Bitte kein Creed. Eine Pillenbeutel. Oha. Gelbe Pillen. Einfach für den Itemraum. Tiers down. Lockdown. Lockdown ist nicht so schlimm. Lock up. Und... Ready fly. Groß und ganz nah hat es sich gelohnt. Dann noch in den Itemraum. Judgment kann ich jetzt immer noch nicht nutzen. Hätte ich vielleicht vorher im Konser, bevor ich hier die ganzen Items kaufe. Aber na ja. So, jetzt haben wir noch einen Begleiter, der schießen kann. Das heißt, der nächste Boss wird sich freuen, dass er richtig in den Arsch getreten wird. Und von mir und roter Bop. So. Hallo, Yuga Fly und auf Wiedersehen. War eine schöne Zeit mit dir, aber sie soll nicht lange dauern. Da war es doch schon. So, zack. Noch mehr blaue Herzen und Ranger ab. So. Der Itemraum. Schaut, wenn ich. Jetzt ist mir gerade nix. Danke, dass ihr mich so einkesselt. Das liebe ich. So, aber ich. Einfach mehr fliegen, die mich einkesseln. Warum nicht? Und nix wird gesmacht. Noch mehr ist fliegen, aber diesmal was anderes. So ist es. Explosions. Fliegen. So. Nächster Raum. Und noch mehr Räume, die mit fliegen zu tun haben. Warum nicht? So, und den Raum, den ich diesmal nicht. Den kann ich nicht eröffnen. Sowieso gerade überlegen, wie ich überhaupt in den Itemraum komme. Vielleicht kriege ich ja die Box in meinem Endgegner. Sei denn es ist einer der vier apokalyptischen Reiter, dann kann ich das allerhöchstens vergessen. Na komm. So. Zack, rein da und... Ähm, zack. Haufenfarbige Gegner. Multi-Pulti. Autsch. Geh doch bitte mal kaputt. Wutsch. Leck mich, leck mich, leck mich. Alter, ja, ist... Okay. Das Vieh ist viel zu schnell, Gottverdammt. Hör doch aufzuschießen. Na gut, das war kein guter Run. Nein, 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 vergiss es, vergiss es, stirb einfach. Ja, stirb.